Es ist endlich mal wieder soweit. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich kriege einfach keine validen Daten aus meinem NAS raus und vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Fangen wir erstmal einfach an. Wirklich genau unmittelbar 40 cm neben mir sieht das genau so aus. Ich habe extra zwei Strom, wie heißt das, Energiemessgeräte oder sowas angebunden, damit ich sehen kann, was verbraucht wie viel. An eurem Falle seht ihr jetzt, glaube ich, auf dem Bild steht gerade 6,7 Watt verbraucht die Fantech-Kiste, wenn die drehenden Platten stehen. Die leuchten zwar grün, ihr seht es, es leuchtet, aber wenn die grünen Platten stehen, 6,7, jetzt wieder 7, also es schwankt zwischen 6,7 und 7,0 Watt hin und her. Der HM80 mit zwei, drei offenen NFS-Verbindungen oder sowas verbraucht aktuell 5,0, 5,3. Es schwankt auch ein bisschen hin und her. Ihr seht im Hintergrund hier, er arbeitet. Also ich kann euch immer, ich kann uns zumindest grob immer durchsagen, wie viel verbrauchen wir. Ich sage euch auch gleich, wenn die drehenden Platten sich drehen, wie viel wir dann verbrauchen, klar, dann geht es halt eben deutlich nach oben. Aber wo ist mein Problem? Ich wollte natürlich mit euch irgendwann dieses Thema hier endlich mal abschließen und was nicht alles. Und ich habe auch schon echt einiges eingerichtet. Also mein Proxmox Backup-Server zieht sich jetzt schon über Netzwerk ganz normal per NFS-Daten von den HDDs. Ich zeige es euch einmal. Hier, PWS, NAS, HDD. Habe ich einen einfachen NFS-Mount über die Shell gemacht, schnell gezeigt. Ich muss nur sagen, hier, Mount ist hier eingehängt über die 10,50 und dann gemappt nach Mount, NAS, HDD und fertig. Mehr habe ich nicht gemacht, NFS-V4 und so weiter und so weiter. Deep Dive und Performance, da kommen wir jetzt zu. Und das wäre eigentlich das Video gewesen, was ich mit euch hier ja eigentlich mal so zeigen wollte und eigentlich mit euch machen wollte. Problem ist, ich kriege einfach keine wirklichen validen Daten raus, ja wie viel Performance kann ich denn jetzt nun wirklich über die Kiste fahren. Deswegen, zur Grundvoraussetzung, ich bin jetzt momentan direkt auf der TrueNASKiste drauf per SSH, also wirklich direkt auf dem HM80, der per USB 3.1, ich glaube, es ist, glaube ich, nur USB 3.0, was das Ding hier hat, spielt aber keine Rolle. 10 Gigabit würde ja trotzdem gehen, angebunden ist und halt eben, wie gesagt, zweimal die drehenden Platten, zweimal die SSD planen. So, und deswegen bin ich natürlich jetzt direkt, direkt per SSH auf der TrueNASKiste drauf. So, und jetzt kommen wir zu der Geschichte, dass ich euch zeigen wollte, ja, was kriegen wir denn performance-technisch hin? Ich weiß ein bisschen Theorie und gleich werdet ihr selber sehen, äh, irgendwie, keine Ahnung, pass auf. Also erstmal, ich mache die Tests direkt auf der Kiste, weil per NFS, per meinem PC Daten hin und her schieben, das ist für mich nicht valide genug. Ich habe sowieso nur ein Gigabit anliegen, das heißt, mehr als 100, 110 Megabyte die Sekunde könnten wir sowieso nicht kopieren. Ich will wirklich wissen, wie viel Daten kann ich denn da hin und her ballern. So, dafür gibt es natürlich ein paar Tests. Ich könnte jetzt anfangen mit einem einfachen DD und dann geht's schon los. Kurzes Blabla, tut mir echt leid, aber gehört dazu. ZFS läuft auf der Kiste. Das heißt, wir haben eh schon das Problem, dass ZFS die ganze Zeit sagt, Oh lalalala, ich mache hier Caching, bis zum geht nicht mehr. Das Problem ist, ich kriege, ich kann es natürlich auch irgendwie disablen, geht auch, aber ich will natürlich eigentlich den Betrieb testen, so wie er, ja, reell ist. Ne, und das ist schon mal Problem Nummer 1. ZFS macht die ganze Zeit irgendwie wahrscheinlich, dass man das will, cached wie blöd, gibt den Daten irgendwann die Platten, keine Ahnung. Ne, also das heißt, man muss bestimmt so ein Flag, so ein Direct Sync sagen oder irgendwas, damit ZFS Cache gar nicht erst da reinpumpen kann, aber, Alter, das ist ein bisschen zu tief für mich, aber das werden wir gleich sehen. So, der nächste Punkt ist, wir könnten jetzt einfach mal ein DD machen. Ihr seht jetzt, ich habe mir jetzt zwei Ordner hier einfach genommen, die heißen beide gleich, einmal MNT HDD1 Test und einmal MNT SSD 1 1 Slash Test. Damit wir halt eben haben, okay, wir haben zwei Ordner, ihr seht schon, ich habe hier Tests gemacht, wie blöd, wirklich, ich habe Tests gemacht, wie blöd, mit allen möglichen Tools und was nicht alles, es ist immer, es ist immer eine Katastrophe. Lasst uns einfach mal auf dem SSD-Bereich mal ganz kurz bleiben, bevor wir jetzt gleich mit den Hardcore-4-Sachen angehen, wo ich echt total strange bin. Gerade eben die letzten Tests hießen, ich schreibe mit 10 Gigabit auf meine drehenden Platten durchgehend, 10 Gigabit, 10 Gigabit, 10 Gigabit, ich habe mir gedacht, Alter, das kann doch nicht mehr wahr sein. Aber wir werden das gleich sehen. Also, fangen wir an. DD, Input ist einfach mal ein Dev-Zero und hier kann schon vielleicht das erste Problem sein, dass da ZFS irgendwas mit einer Zero-Detection oder mit irgendeiner Compression reinballert, keine Ahnung, weil er halt eben irgendwelche Zeros erkennt. Vielleicht, schreibt es in die Kommentare, ich bin jetzt echt gerade, ich meine, Brain ist zu. Gucken wir einfach mal. Output, MNT, schreiben wir erstmal auf die HDDs, HDD1 Test nach bla bla bla, völlig egal, mit einer Block-Size und da wird es natürlich jetzt auch schon interessant. Ich habe auf ZFS eine Block-Size für die HDD, Entschuldigung, eine Record-Size für die HDDs eingestellt von 512K. Ich trage da jetzt einfach mal ein, 512K mit einem Count von, keine Ahnung, 10.000, müsste ja 50 MB sein oder so. Gucken wir mal. Oder 5G, 500 MB, ich weiß, ich kriege es gerade nicht zusammen. 512K, ach nee, das kann ein bisschen fieser, ne? Ach so, dann dauert jetzt gerade eine Sekunde, weil jetzt gerade fahren die Platten an. Ich spreche euch kurz durch, ich habe keine Kamera da drauf. Die Platten sind gerade angefahren und wir verbrauchen jetzt gerade ungefähr 20 Watt, 21 Watt, ne? Ungefähr. Jetzt machen wir das Ganze nochmal und schieben den Bums hier einfach mal los. Die Festplatten blinken jetzt auch. Wir verbrauchen jetzt aktuell 22 Watt, 23 Watt, 22 und ein bisschen Watt, jetzt 20,9 Watt. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir hier 4,9 GB angeblich auf die drehenden Platten geschrieben mit 481 MB. Schon mal irgendwie Nummer 1, wo ich mir denke, hä? Wir machen das Ganze nochmal, machen das Ganze nochmal. Guckt mal im Hintergrund. Im Hintergrund läuft ja auch die TrueNAS-Kiste. Da seht ihr jetzt momentan relativ wenig. Ja, der jetzt, jetzt guckt euch das an. Guckt euch das an. Also jetzt hat der wieder auf irgendeiner Stelle irgendwas weggecached, keine Ahnung. Jetzt meint ihr auf einmal 3,2 GB die Sekunde. Also irgendwie, ich kriege meine Tests, wie ihr schon selber seht, nicht vernünftig hin, dass die halt eben irgendwo valide sind. Das kann sein, dass mir da ZFS reinwurstelt oder ich weiß nicht mehr, wo an welcher Stelle wer was wegwurstelt, denn die Platten, die tun noch nichts mehr. Da ist keine Active-Anzeige. Gar nichts. Gar nichts. Aber lasst uns, glaube ich, jetzt gleich einfach mal zu den richtigen Fio-Tests kommen. Ich bin auch einfach hier auf Thomas' Grenn-Seite und so. Ihr habt es schon gesehen, da waren die ersten Sachen gerade schon markiert und habe mir einfach mal die Fio-Tests genommen, weil die einfach ja ein bisschen valider sind. So, jetzt gehe ich hier echt einfach mal hin und kopiere mir einfach einen Standard-Einfachen Write-Test. Ich erkläre euch sofort, was der Test macht. Einen einfachen Write-Test auf die SSDs. Also Fio Write-Name-Test 20 MB ist ein bisschen wenig. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade eben, ich mache mal 3000 M einfach mal. Und Direct 1 heißt, der benutzt keinen Arbeitsspeicher oder sonst was, so wie es zumindest hier irgendwie, wie heißt es, beschrieben. Das heißt also, eigentlich, ich glaube, eigentlich heißt Direct, dass es direkt auf die Platten gehen soll, aber ich meine, Brand ist mit dabei dazu. Einfach mal starten, einfach mal gucken. Wie gesagt, geht jetzt gerade auf die SSDs. Vor mir blinken jetzt auch gerade die beiden SSDs und nicht mehr die Platten. Das sieht jetzt ja noch in Ordnung aus mit 300 MB. Mit einer, ich weiß, keine Block-Size hier. Steht hier irgendwo die Block-Size. Bestimmt steht hier irgendwo die Block-Size, die er irgendwo benutzt hat. Keine Ahnung. Ich kann sie auch mal selber definieren, denn wenn ich die selber definiere, komme ich schon wieder auf, ich glaube mir, auf ganz andere Zahlen. Also angeblich hat er jetzt hier geschrieben, 300 MB, ich sage jetzt einfach mal Megabyte, 310 MB die Sekunde. Wäre ja okay. Wäre für mich jetzt erstmal ein valider Test. Jetzt sage ich mal eine Block-Size von 128K, was für ZFS als Record-Size ja Matching wäre. Also lasst uns einfach mal starten. Block-Size 128K. Einfach mal gucken, was passiert. So, jetzt sind wir so bei 140, 130, 160. Wie gesagt, das ist sequentielles Schreiben. Das heißt, der schreibt, ist bei der SSD sowieso scheißegal, aber trotzdem jetzt nachher für die HDD ist ganz wichtig, der schreibt in einem durch. Und schreibt nicht, was für eine HDD natürlich der Tod ist. Irgendwie links, rechts, links, rechts. Da kommen wir gleich zu. So, da hätten wir jetzt angeblich auf einmal 327. Das matcht jetzt ja noch in etwa. Lass mich mal die Record-Size nochmal auf 64 runterschrauben. Das sieht jetzt ja schon wieder gradliniger aus. Glaubt mir, ich habe schon die letzte Stunde gerade eben nichts anderes verbracht als, Alter, mein Brain ist tot. Ich hoffe, es kommt wieder dasselbe raus. Okay, das wäre ja noch valide mit 300 MB. Das ist schon wieder komisch, es ist schon wieder was anderes. Ich mache mal im Hintergrund noch die Tuners auf, damit ihr auch wirklich seht, dass von dem HM80 aus die ganze Power kommt. Einfach mal hier oben auf die CPU-Action gucken. Da seht ihr nämlich wirklich, es kommt vom HM80, dass der die Daten wegschreibt. Da sieht das jetzt 50, 55 Prozent. Die CPU jagt nach oben, um halt eben die Daten da wegzuschreiben. Okay, jetzt wären es 385 MB gewesen. Lasst uns einfach mal denselben Test, so wie er jetzt hier steht, einfach mal auf die HDDs bügeln. Heißt, wir gehen jetzt hier hin, CD, Mount, HDD1, Test. So, selber Befehl und los geht's. Wieder 64K, ist zwar eine andere Rekord-Size hier. Gucken wir mal. So, jetzt schwankt da so ein bisschen hin und her. Jetzt schreiben wir auf einmal 112, 32, 259, okay, 21. Mal gucken, weil er mir jetzt gleich da rausjagt. Ja, auf jeden Fall, ich wollte sagen, ich habe hier so eine Art Buffer-Overflow jetzt gerade erzeugt. Der schwankt mir viel zu sehr hin und her. Keine Ahnung, jetzt sagt er mir hier im Schnitt, 133 MB die Sekunde. Wäre ja auch noch okay. Kann sein, dass ich jetzt ein Video mache und jetzt auf einmal gerade Zahlen rauskommen und ich habe keine Ahnung, was er eben gemacht hat. Aber wir testen mal weiter. Ich mache jetzt mal eine Block-Size von 512, weil das die Rekord-Sizes, die ich auf dem HDD eingestellt habe. Mal gucken, was da passiert. Bin jetzt wieder selber überrascht. Mal sehen, so 155, 147, also jetzt gerade könnte ich mich schon wieder fast selber einen Arsch weisen. Jetzt gerade ist schon wieder so eine Zahl, wo ich sage, naja, guck mal, jetzt haben wir schon wieder 309 MB. 309 MB aufdrehende Platten. Jetzt muss man mal selber überlegen, ist dann überhaupt machbar auf eine drehende Platten? Und es sind zwei, es sind zwei. Ist das überhaupt machbar, 309 MB die Sekunde auf eine drehende Platte zu schreiben? Oder wo habe ich jetzt gerade eben den Denkfehler? Lasst uns einmal das nochmal machen, aber mit dem 64 K, in dem ich jetzt hier einfach mal sage, Random Write. Jetzt geht er wirklich hin und schreibt eigentlich auf die drehende Platte, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen hier, ein bisschen da. Das ist natürlich Arsch langsam. Da schreiben wir jetzt gerade 23 MB, 26 MB, was auch wieder valide klingt. Sag mal, mach ich jetzt gerade das Video und meine Tests funktionieren jetzt gerade? Also das ist für mich realistisch. Wenn ich auf eine drehende Platte oder auf drehende Platten einfach wahllos Wirrwarr überall auf der Platte hinschreibe, ist die immer schon langsam. War schon immer so. Oder kleine Dateien oder sonst was. Das sieht mir jetzt gerade so halbwegs valide aus. Brechen wir den mal ab. 32 MB die Sekunde. Lass uns mal die Block Size nochmal hochschrauben mit dem Random Write. Aha. Ja, abwarten. So, jetzt kommt er wieder. Jetzt kloppt er mir angeblich wieder 150 MB durch die Gegend. 150, 140, 150, 148, 41, 50. So, jetzt hat er angeblich wieder mit einer Block Size von 512 241 MB geschrieben. Die blinken noch. Das heißt, irgendwas muss hier sich gerade einen Toten cachen. Die CPU hat hier auch noch gejagt. Also ich vermute mal, mir kloppt hier andauernd der Cache durch die Gegend. Ich habe, glaube ich, eben noch einen Test gehabt mit Minus Minus Num Jobs und dann habe ich, glaube ich, einfach mal gesagt 4. Mach das mal mit 4 parallelen Prozessen. Da hat er mir die ganze Zeit eben irgendwie Gigabit und so weiter angezeigt. Okay, macht er jetzt gerade wieder nicht. Ich gucke mal, ob ich die Befehle gerade noch gleich wieder finde. Aber jetzt zeige ich den mir gerade wieder an. 160 MB für einem Random Write mit 512 Karten. Also kannst du mir erzählen, was du willst. Das kann irgendwie vorne und hinten nicht stimmen. Ich traue den Beraten dann nicht. Entweder ich bin so weit weg von dem Thema mittlerweile, dass ich nicht mehr weiß, wie schnell so eine einzelne Platte dreht. So eine NAS-Festplatte. Wie gesagt, nochmal für die, die es nicht wissen. Hier ist eine Toshiba N300, 8 TB, zwei Stück drin, mit einem ganz normalen TrueNAS ZFS Mirror. Nichts Besonderes, sonst gar nichts. So, jetzt brechen wir das Ganze nochmal ab. Angeblich 191 MB. Kann einfach nicht sein. Kann einfach nicht sein. Oder, ah, 43 MB, was heißen denn die Daten daneben? Was heißen denn die Daten hier nehmen? 45 MB die Sekunde? Achso, achso, ja, natürlich. Weil ich gerade gesagt habe, mehrere Jobs, mehrere Jobs. Weil ich gesagt habe, vier Jobs. Okay, dann erklärt sich das. Mit vier Jobs, da komme ich wieder auf eine Summe von 191. Ey, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich da irgendwie verkehrt mache. Ich gucke mal, ob ich nochmal hier zurückgehe. Das war, glaube ich, vorhin der Test. Das war vorhin der Test, der irgendwie so super schnell irgendwie lief. Machen wir den nochmal. Mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Jetzt kommen wir wieder auf 140. Also ganz ehrlich, ich kriege jetzt schon wieder andere Daten als vor einer Stunde, wo ich hier rumgepult habe. Ich kann mir aber immer noch nicht vorstellen, dass ich 140 MB da drauf schreibe. 130, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin echt ein bisschen überfragt. Deswegen machen wir es jetzt einfach mal anders. Ich beende das Video jetzt hier. Das Video ist eigentlich nur viel rumgejammert mit meiner Unwissenheit und ich habe einfach keine Ahnung, wie man Fio-Test macht. So, so ist es. Jetzt gibt es dann doch wahrscheinlich viele einige draußen von euch, die sich damit vielleicht mal tagtäglich auf der Arbeit mal beschäftigt haben. Wie gesagt, ihr habt hier gesehen, was ich hier habe. Ich zeige es euch nochmal, so wie es hier steht. Wie gesagt, ich möchte einfach vom Minis Forum auf das Phantek-Gehäuse, wo einfach die Festplatten ja 1 zu 1 durchgereicht werden. Kein Raid. Also das Raid kommt durch Dings. Kommt hier durch die Trunas-Kiste. Nicht über die Kiste. Ihr seht hier im Bild auch Single-Mode. Single-Mode. Das heißt, die Platten werden direkt durchgereicht. Das Raid baut die Kiste. Also für die, die vielleicht fix unterwegs sind von euch irgendwie, sagt mir doch einfach mal, ja, wie mache ich denn vernünftige, valide Speed-Performance-Fio-Tests, dass mir vielleicht ZFS nicht dazwischen grätscht oder irgendeinen Festplatten-Cache oder irgendetwas. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt überfragt. Und ganz ehrlich, ich gucke mir die Kommentare natürlich an und wir gucken uns morgen einfach mal im Livestream zusammen an. Ist jetzt einfach ein spannendes Thema, weil, ey, Alter, schon lange nicht mehr gehabt, dass ich an so einer Scheiße festhinge. Gucken wir uns dann einfach mal an. Also das heißt, falls ihr das Video siehst, Dienstag, vielleicht siehst du da auch erst morgen, Dienstags, 20 Uhr Livestream, gucken wir uns also morgen einfach mal das Zeug an. Keine Ahnung. Bin jetzt ein bisschen überfragt. Weiß nicht mehr, wie ich die Tests jetzt gerade machen soll. Jetzt gerade ohne Scheiß. Ich lüge euch echt nicht an. Ich habe eben denselben Test gemacht. Ich bin jetzt hier gerade schon wieder baff und sitze hier und denke mir, what the fuck, ich habe da eben auf einmal Gigabit angezeigt bekommen. Also nicht Gigabit, Entschuldigung, 10 Gigabit, 1100 Megabyte die Sekunde hat der angeblich auf die HDDs geschrieben. Ja, okay, lassen wir das dabei. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ansonsten sehen wir uns natürlich Dienstag, 20 Uhr im Livestream. Macht's gut, bleibt gesund, ciao. Das beginnt auch noch. Dann können wir uns ja noch etwas spreadsheet 사�class. Untertitelung des ZDF, 2020